Born to Bike hat sich die Schulung von Ergotech angesehen zum Thema Ergonomie und Bikefitting. In Wicketer an der Ruhr haben wir uns alle getroffen. Die Schulung war vorgesehen für Fachhändler aus dem Fahrradbereich. Ca. 20 Spezialisten stellten Fragen und wollten alles wissen. Dr. Achim Schmidt von der Sporthochschule Köln konnte wirklich alles beantworten. Er hat vor allen Dingen einen besonderen Fokus gelegt auf das magische Dreieck zwischen Physiotherapeut, Arzt und Fachhändler. Da ist er am stärksten. Nehmen Sie all diese Muskeln zueinander. Welcher Muskel wird wann eingesetzt bei der Drehbewegung und was für eine Kraft kann er dann aufs Pedal bringen? Ganz elementare Fragen, wenn es um Ergonomie geht. Genauso aber auch, habe ich Schmerzen auf dem Fahrrad und wenn, wo? Willi Humpert, der Geschäftsführer von Humpert und Gründer von Ergotech, hat uns dann aufgezeigt, wie mit den drei Kontaktpunkten völlig neue Produkte entwickelt wurden in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln. Wir haben gesehen, wie die Materialtests für die Produkte von Humpert und Gründer von Ergotech aussehen und auch wie die Produktion verläuft. Nach der Fabrikbesichtigung sieht man die Produkte mit ganz anderen Augen. Das Highlight des zweiten Tages war der Ergotech-Scanner. Mit Hilfe des Ergotech-Scanners kann man die perfekte Fahrposition für die unterschiedlichen Zwecke ermitteln. Das ist die für mich gefühlt wesentlich angenehmer und besser, weil ich nicht so lang bin für das Treckenfahren. Für das Rennrad wäre mir das jetzt viel zu aufrecht. Ja, mein Name ist Thorsten Braukmann, bin seit über sechs Jahren bei der Firma Humpert in Wickele beschäftigt und bin unter anderem für den Bereich des Ergotech-Scanners verantwortlich. Hier haben wir heute einen schönen Workshop mit dem Dr. Achim Schmidt von der Sporthochschule. Das ist ein Messinstrument, wo man am Point of Sale, das heißt bei dem Fachhändler ihres Vertrauens eine Sitzposition entweder korrigieren kann oder wenn man sich nicht sicher ist, welche Geometrie man an seinem neuen Fahrzeug haben möchte, dass man das vorher austestet. Und da haben wir 20 Fachhändler heute geschult in dem Umgang mit diesem Gerät. Und wer da Interesse hat, kann auf der Seite www.ergotech.de im Bereich der Händlersuche genau filtern, welche Fachhändler in Deutschland ein solches Gerät haben und kann das auswählen. Viel Spaß dabei! Ja, moin! Ich bin der Tim von der Firma Hilz. Ich war bei Ergotech beim Bikefitting-Workshop jetzt die vergangenen zwei Tage. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben eine Menge gelernt, viele medizinische Grundaspekte, anatomische Grundaspekte. Für den Radfahrer und die Sitzposition auf dem Fahrrad gelernt. Mir hat besonders gefallen, dass auf alle Fragen ganz detailliert eingegangen wurde. Egal auf welchem Niveau die Frage gestellt wurde, ob sie jetzt eher wissenschaftlich war oder ganz simpel. Es wurde auf alles ganz explizit eingegangen. Und da hat sich auch, glaube ich, jeder abgeholt gefühlt hier. Super, danke schön! Hallo, ich bin der Alex vom Fahrrad Groß in Bitburg. Und bei der Ergotech-Schulung hat mir sehr gut gefallen, dass wir noch mal eine aktuelle Info zu den Produkten bekommen haben. Dass wir noch mal genauere Infos zu der Ausbauschbarkeit an den E-Bikes bekommen haben. Und die Übersicht zu den rechtlichen Richtlinien, die es da gibt. Und zusätzlich vom Professor Achim Schmidt haben wir sehr gute Informationen zur Ergonomie am Fahrrad. Und sehr gute Infos zur Einstellmöglichkeit am Fahrrad bekommen haben. Hallo, ich bin der Peter aus Bochum von der Radbar im Café Treibsand. Seit diesem Jahr, 2019, haben wir einen Do-it-yourself-Punkt in Bochum, wo man sein Rad in Ordnung bringen kann und sowas. Und zufälligerweise hat sich dann ergeben, dass ich auch noch Rathändler geworden bin. Und jetzt Falträder verkaufe lassen sich bei Ergotech in Wickeda an der Ruhr. Ich habe dort einen Lehrgang gemacht für Bikefitting, mir das Angebot hier angeguckt, einen schönen Firmenrundgang gemacht. Und so, das war sehr informativ. Und viele von denen. Super, danke schön. Auf Achim Nordsee Bad Dangas, ich bin Berit. Mein Schwerpunkt in meinem Betrieb ist zum einen die Vermietung, ist zum anderen der Verkauf und zum anderen die Fahrschule. Und hier bei der Firma Ergotech bin ich total gerne, weil ich fühle mich erstens richtig gut aufgehoben. Zweitens ist dieser Familienbetrieb total gut aufgestellt, macht super tolle Produkte und steht mit Rat und Tat dem Händler, dem Fachhändler zur Seite. Bei Problemstellungen und bei allem, was dazugehört. Super, danke schön. Ja, ich bin der Kai von Zweirat-Hoben-Gorf. Ich bin mit meinem Kollegen Sebastian Nier aus der Ergotech-Schulung. Richtig cool. Guter Austausch zwischen Kollegen. Man lernt viele neue Sachen dazu. Jetzt gerade praktischen Teil, Vermessung hinter uns. Und das ist schon nicht schlecht, was man hier zu sehen bekommt. Was war alles dazugehört. Mehr Informationen bekommt ihr auf Born2Bike, da könnt ihr nochmal alles darüber nachlesen. Auf Ergotech.de, richtigradfahren.de, bei der Sporthochschule Köln. Und beim Fachhändler eures Vertrauens, der diese Schulung genossen hat. Also, wenn es euch gefallen hat, Thumbs up. Vielen Dank. Tschüss, bis bald.